Hallo, mein Name ist Karl Edelbauer, ich bin 27 Jahre alt und Mitgründer von Hockeyfy. Hockeyfy ist die erste mobile Plattform zur Jobsuche und Bewerbung. Das heißt, wir haben einfach gemerkt, es suchen Menschen vermehrt am Smartphone nach Jobs und wir bieten jetzt die erste Möglichkeit, dass sie sich auch am Smartphone für Jobs bewerben können. Ich glaube, beim Gründungsprozess lernt man sich selber mal sehr gut kennen. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, rechtlich, administrativ etc. Aber ich denke, diese Herausforderungen machen auch die Gründung im Endeffekt aus. Wenn ich nochmal gründen würde, würde ich sehr wenig anders machen. Ich glaube, wir sind da mit dem Prozess angefangen vom Garage-Kurs bis hin zu Entrepreneurship Avenue einen sehr coolen Prozess durchlaufen. Wir haben sehr viel Support bekommen von der Uni und von allen anderen Seiten. Ein großer Grund dafür, dass wir so schnell gewachsen sind. Ich würde jungen Gründern empfehlen, einfach wirklich ins Machen reinzukommen, sich zu trauen, rauszugehen, jedem von seiner Idee zu erzählen und so einfach seine eigene Idee zu verwirklichen. Gründen ist für mich eine Achterbahnfahrt und zwar eine sehr, 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 sehr harte Arbeit, aber gleichzeitig auch extrem viel Spaß.